Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man so einen Haaranker einbetonieren und somit auch den Pfostenträger natürlich richtig setzen und vor allem danach auch ausrichten kann. Wenn du Bock da fasst, dann bleib auf jeden Fall dran. Bei kleineren Lasten, wie zum Beispiel einer Terrasse oder auch einem kleinen Zaun, können wir ruhig solche Einschlaghülsen hier einbetonieren. Dafür habe ich auch schon ein extra Video auf dem Kanal. Aber wenn da größere Lasten, wie zum Beispiel bei einem großen Carport oder auch einem großen Sichtschutzzahn am Ende drauf wirken sollten, dann sollten wir auf jeden Fall solche Haaranker verwenden. Diese haben nämlich den großen Vorteil, dass sie auf jeden Fall große Stärken aufnehmen können, da sie sehr stabil gebaut sind. Und bevor wir das Ganze aber jetzt einfach einbetonieren, sollten wir uns auf jeden Fall mal Gedanken machen, wo am Ende auch die Kräfte drauf wirken werden. Wenn wir zum Beispiel einen Sichtschutzzahn stellen möchten, der einfach in diese Richtung verläuft, dann werden ja am Ende relativ sicher die Windkräfte relativ stark von der Seite drauf wirken. Und dann sollten wir unbedingt den Haaranker auch genau in dieser Position einbetonieren. Hat einfach den Sinn, dass am Ende die Laschen hier nämlich die Windkräfte ordentlich aufnehmen können. Und würde das Ganze jetzt zum Beispiel so rumstehen, dann würden die Windkräfte nur von den Schrauben bzw. vom Holzpfosten aufgenommen, was natürlich nicht so stabil ist. Und wenn das alles geklärt ist, dann müssen wir natürlich auch noch die richtigen Positionen von unserem Haaranker herausfinden. Das geht am einfachsten, indem wir zum Beispiel in einem extra Video gezeigt, so eine Richtschnur hier spannen, das Ganze im 90 Grad Winkel abstecken oder zum Beispiel auch klassisch mit so einem Meterstab hier abmessen. Wenn das geklärt ist, sollten wir am besten mal ein 40x40 cm großes Loch, am besten mit einem einfachen Spaten graben. Das Loch habe ich übrigens ca. 60 cm tief ausgehoben, da ich ganz unten noch eine Schicht von ca. 10 cm Frostschutzschotter einbringen möchte, dass unter dem Beton einfach das Wasser gut ablaufen kann und hier nichts im Winter aufrehen kann. Und darüber kommen dann noch ca. 50 cm Beton. Bevor ich es vergesse, für die beste Stabilität sollten wir übrigens von der Unterkante hier von diesem oberen Teil zu unserem Beton nicht mehr als 5 cm haben. Und wenn das alles abgeklärt ist, dann können wir auch schon mal unsere 10 cm Schotter in das Loch hineinfüllen. Im nächsten Schritt den Schotter schon einmal ungefähr gerade verteilen und wenn die Erde darunter übrigens sehr locker ist, dann könnten wir zum Beispiel auch noch mit so einem Handstampfer hier ein paar Mal etwas hinein klopfen oder im Notfall natürlich auch mit einem einfachen Pflasterstein, dass das Ganze hier unten doch nochmal etwas verdichtet und vor allem gerade ist. Das Loch ist vorbereitet und zum Betonieren verwende ich ganz normalen Beton estrich in 40 kg Säcken. Bei meiner Lochgröße hier unten sollten ca. 1,5 bis 2 Säcke auf jeden Fall ausreichen. Und du könntest natürlich auch noch speziellen Ruckzuckbeton verwenden, der natürlich schneller fest wird, dafür aber natürlich auch etwas mehr kostet. Die Konsistenz schaut super aus, das Ganze ist nicht zu fest, aber auch nicht zu flüssig. Und wir sollten am besten danach sofort mit einer Holzlatte das Ganze noch ein bisschen besser verteilen und auch ordentlich durchstampfen, dass sich im Beton einfach keine größeren Hohlräume bilden können. Und danach natürlich etwas unter die Rasenkante auffüllen. Würden wir den Anker einfach in den Beton hineinsetzen und etwas mit einer Wasserwaage ausrichten, würden wir das Ganze natürlich nie im Leben gerade hinbekommen bzw. es würde einfach nicht halten. Bedeutet, wir müssen erstmal irgendwie eine Fixierung machen, dass es von der Höhe passt. Und da nehme ich am besten eine einfache dünne Holzlatte her, meine ist ca. 2 cm jetzt dick, gebe das Ganze über das Loch drüber und kann dann nämlich den H-Anker auch schon dementsprechend einmal so weit runtergehen, bis ich auf meiner Holzlatte drauf sitze. Die Höhe passt auf jeden Fall, jedoch ist das Ganze immer noch relativ wackelig, weswegen ich eine weitere Fixierung benötige. Und hierfür verwende ich am liebsten einen relativ schweren Holzzaumpfosten. Den kann ich entweder mal von der Seite dagegen geben oder zum Beispiel auch schon hier in die Mitte hineinlegen und somit auch für weitere H-Anker da hinten als Flucht verwenden und dann sollten wir es natürlich auch noch irgendwie an unserem H-Anker fixieren. Deswegen am besten mal noch eine Schraubzwinge zur Hand nehmen und dann können wir das Ganze jetzt nämlich auch noch dementsprechend fein ausrichten. Hierfür benötigen wir auf jeden Fall mal eine Wasserwaage, die kann ich jetzt von der Seite und auch von vorne mal dagegen geben und dann da richte ich es am liebsten noch mit einfachen Holzteilen aus. Bedeutet hier einfach mal, dieses Holzstückchen kann ich auch unter meinen Zaumpfosten geben, dass der H-Anker natürlich etwas in die andere Richtung kippt und mit solchen kleinen Holzkeilen hier könnte ich zum Beispiel auch noch von dahinter das Ganze etwas besser ausrichten. Danach sollten wir es natürlich noch mal dementsprechend mit der Wasserwaage nachkontrollieren und somit haben wir dann aber auch schon so einen H-Anker richtig gesetzt. Und bei normalem Beton würde ich jetzt einfach mal mindestens 24 Stunden lang warten, bis der Beton schon etwas angezogen hat und dann können wir nämlich auch dementsprechend weitermachen. Noch ein kleiner Tipp, wenn du deinen Zaumpfosten die nächsten Tage in deinen H-Anker befestigen möchtest, dann am besten mal einen kleinen Abstandshalter, wie zum Beispiel so ein Holzstückchen hier zur Hand nehmen, das Ganze hier unten einsetzen, den Zaumpfosten von oben drauf geben, mit der Wasserwaage ausrichten und natürlich mit ordentlichen Schrauben von außen festschrauben. Und danach geht es einfach darum, dass wir diesen Abstandshalter mal wieder ganz einfach herausziehen und somit haben wir auch einen kleinen Abstand hier zwischen unserem H-Anker und den Holzzaumpfosten, was einfach bedeutet, wenn es regnet, dann kann sich hier unten einfach kein Wasser sammeln beziehungsweise der Holzpfosten kann von oben das Wasser auch nicht aufsaugen und hält somit natürlich deutlich länger aus. Wenn du dir für zu Hause so einen H-Anker, eine kleine Wasserwaage oder natürlich auch Holzkeile zum Ausrichten zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.